Ein Tontechniker, der das dann als Klangfarbe in die Musik mit eingeht, und so kann man dann den Biofeedback-Effekt noch auf die Spitze treiben. Aber Biofeedback ist immer ein Verstärken von das, was ist. Und das, was ist, ist das, wie wir sind, in welchem Bewusstsein wir sind. Nicht, Bewusstsein ist nicht etwas, das man hat, sondern Bewusstsein ist eine Art zu sein. Das ist ein Verb. Sein ist ein Verb. Und Bewusstsein, sicher, man sagt auch das Bewusstsein, man ist bei Bewusstsein. Aber im Grunde genommen ist Bewusstsein eine Art zu sein. Das wird es nicht im besten Bewusstseinsworkshop gewesen zu sein, und verträumt, aus dem Seminarraum zu gehen, über die Schwelle zu stolpern und auf die Nase zu fliegen. Da hat man zwar Bewusstsein gehabt, aber eben in dem Moment war man nicht mehr bewusst. Darum ist eben das Sein beim Bewusstsein der Schwerpunkt. Dieses gemeinsame Berufszeitentwickeln, das haben verschiedene Kulturen gut integriert. Ich mag vielleicht zwei gegensätzliche Darstellen. Die eine, die sieht man auch zunehmend hierzulande, das sind nämlich die Muslimen, wenn die beten. Die beten alle Richtung Mekka. Und die haben auch Gebietskalender nach der Sonne. Das heißt, die richten sich nach dem Lauf des Himmels, während die Christen richten sich nur nach einem starren Kalender. Da muss man dann Schaltjahre einfügen, der Montag hat nichts mit dem Mond zu tun und etliches mehr. Aber die haben genau einen Gebietskalender, das heißt vor und nach Sonnenaufgang, wenn die Sonne im Süden steht. Und vor und nach Sonnenuntergang wird gebetet, und zwar in einem Ritual, wo man sich auf die Erde verneigt, aber auch nach oben streckt und den Himmel anschaut und so praktisch als Bindeglied zwischen Himmel und Erde die Schwingung auffängt und sie nach Mekka weiterleitet. Das heißt, jeder Pilger, egal wann er nach Mekka kommt, weiß, es gibt ein morphogenetisches Feld, das ist rund um die Uhr tätig, weil irgendwo auf der Welt geht immer die Sonne auf oder unter oder steht im Süden. Das ist also ein Non-Stop-Energiefluss, der Richtung Mekka fließt. Das ist eine andere Art des Betens wie in der christlichen Kirche zwischen engen Bänken, wo man dann jemanden bittet um eine Dienstleistung oder gar die Madame, die Bürofrau, Maria, Mutter Gottes, bitt für unsere arme Sünder. Anders hingegen ist es zum Beispiel, auch bei den Hinduisten und bei den Buddhisten, die singen das Om, die Ursilbe, die Urschwingung. Und das Om-Singen, die haben den Ton meditativ erfahren und das wird ja auch mit Oberton-Singen gemacht, das heißt, wir singen nicht einfach einen Ton so, Sondern man singt so Das heißt, man beginnt im Grunde genommen, sein Gehirn zu massieren mit dieser Schwingung durch die Obertöne. Aber wenn sein Gehirn massiert, durch eigenes Singen, dann verstärkt sich durch Blutung. Und wenn man ein Gehirn mit Durchblutung hat, funktioniert es besser, dann kriegt man ein bisschen mehr mit von der Welt. Also das Motiv, um zu singen, kann ein sehr ähnliches sein, wie auch das Motiv, psychotrope Substanzen zu nehmen oder irgendwelche andere Meditationen zu machen. Mehr mitkriegen von der Welt. Das ist eigentlich auch der Unterschied zwischen, sagen wir, einem Durchschnittsbürger und jemand, der bewusst leben will. Und jemand, der bewusst leben will, der nimmt meistens eine Pille oder sonst was, wenn er etwas mehr wahrnehmen will, etwas mehr mitkriegen will von der Welt. Während der Normalbürger, wenn der eine Pille nimmt, der nimmt die, damit er weniger mitkriegt. Gegen Kopfschmerzen, gegen Bauchschmerzen, gegen alle möglichen Schmerzen. Aber das ist in Gott genommen, das ist betäubend. Während mehr mitkriegen, heißt auch die Selbstheilung fördern können. Weil je mehr ich weiß, wie die Welt funktioniert, und ich selbst bin ja ein Teil dieser Welt, es gibt ja nichts zwischen mir und dieser Welt. Ich, als Teil des Kosmos, kann den Kosmos wahrnehmen und muss da nicht noch irgendjemand fragen, ob ich das darf oder nicht darf oder welche Regeln ich dabei einzuhalten muss. Jeder hat seinen Weg, seine Weltanschauung, und die kommen von Weltanschauung. Und das differenzierte Wahrnehmen, das differenzierte Umsetzen, Transponieren von Naturgegebenheiten gibt die Möglichkeit, diese Welt noch etwas intensiver wahrzunehmen und dadurch auch intensiver zu genießen. Nicht einer der größten Wissenschaftler in Deutschland, der je hier lebte, das ist Alexander von Humboldt gewesen. Alexander von Humboldt, der hat viel über Geografie geforscht, er hat viel gereist, vor allem in Südamerika, er war vermutlich der Erste, der Deutsch sprach und Ayahuasca-Rituale mitgebracht hat, DMT konsumiert hat, einige andere psychothrope Substanzen. Er war sehr eigen, er lebte zeitweise in Paris in der Sternwarte, hatte ein Verhältnis mit dem Direktor der Sternwarte wie mit seinem Botaniker. Öffentlich, jeder wusste das, genierte sich nichts. Also er war schwul, er war promusk, er war politoxikoman. Trotzdem haben Bundestagspräsident und Bundespräsident und alle möglichen Politiker gesagt, dieses Land braucht mehr Leute wie Alexander von Humboldt. Er hat gesagt, das ist wahr. Ja, Alexander von Humboldt, der Grund für ihn zu forschen, war der Naturgenuss. Die Natur genießen war für ihn den Antrieb, im G-Rock mit Halbschuhen in Südamerika auf 6.000er zu klettern und dann auch alles Mögliche mitnehmen, was er da oben gefunden hat. Aber das Forschen war das Erkennen, wie funktioniert die Natur, wie kommt es, dass ich bestimmte Dinge schön finde und andere Dinge weniger schön finde. Das heißt, wie spiegelt sich die Natur in uns, wie resoniert es in uns und welche Resonanzen empfinden wir als wohltuend und welche Resonanzen empfinden wir eher als störend. Und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Das kann kein anderer für einen machen. Also, Ratschläge kann ich keine geben. Ich kann nur darauf hinweisen, dass wenn man genauer hinhört, genauer hinschaut, das Weltbild sich erweitert und die Möglichkeiten des Genießens in diesem Leben sich auch erweitern. Und ich denke, wir wollen das jetzt einfach ein wenig in der Praxis machen. Und auf dieser Party war ja Oldschool angesagt, darum habe ich einen ganz alten Track genommen, den haben wir für über 20 Jahre aufgenommen, in Köln bei einem Rebirthing-Workshop, das ist also so holotropes Atmen, Ende der 80er Jahre, letzten Jahrhunderts. Und da haben ungefähr 1200 Leute nach dem holotropen Atmen-Workshop umgesungen. Und das haben wir dann auch elektronisch ein bisschen bearbeitet, damals noch alles analog, zwar schon mit Maus am Bildschirm, aber die Geräte haben noch alle analog funktioniert. Analog heißt immer, es kann ein bisschen ungenauer sein, aber es ist dafür auch runder. Analoge Musik, natürliche Musik, die ist nicht geschnitten. Jede Musik, MP3 oder CD ist irgendwo abgeschnitten. Das ist, kann man sagen, vor allem MP3 ist eigentlich musikalisches McDonald's-Niveau, so schnell Restaurant-Niveau. Eine alte Vinyl bringt mehr, bringt sogar mehr als eine CD. Er sagt, aber CD hat bis 22.000 Hertz und eine Vinyl nur bis etwa 16.000. Aber, wenn ich eine Schallplatte spiele, habe ich eine Rille, und in dieser Rille gibt es ein Diamant und ein Saphir und der schwingt, mechanisch. und wenn er jetzt 14 Kilohertz mitkriegt durch die Rille, schwingt er automatisch auch noch bei 28 Kilohertz durch den Oktavton, das Dreifache, das Vierfache. Das heißt, die natürlichen Obertöne werden als Schwingungsvorgang bei einer Vinyl übertragen. Während bei der CD ist das geschnitten. mehr als 22 Kilohertz kommt er nicht rüber. Darum macht es auch einen Unterschied, gerade beim ekstatischen Tanzen, ob die Musik von Vinyl oder von CD kommt. Ich empfehle jedem, der viel auf Vatis geht, zu beobachten, wie die Action auf dem Dancefloor ist, wie die Entwicklung der Ekstase ist, ob jemand auf Vinyl oder auf CD auflegt. Selbst wenn es die gleiche Musik ist, die gleichen Stücke, das kommt anders rüber. Live kommt natürlich nochmal anders rüber, weil live hat man nicht die Beschränkungen so und so viel Dezibel, also sagen wir viel weniger solche Beschränkungen, weil die Übersteuerungsgefahr anders reguliert werden kann. Das heißt, live ist der musikalische Impuls, vor allem wenn es direkt vom Gerät kommt und nicht live nur von CDs wieder abgemischt, dann hat man einen intensiveren Klang. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Klangqualitäten, die ein unterschiedliches Empfinden auslösen bei gleichgearteter Musik. Also wenn man auf einem Festival ist und sich mal dessen bewusst ist und bewusst mal daran geht, dann will man das selber merken. Oder wenn man es nicht merkt, dann kann es auch einem egal sein, aber es gibt eben einige Leute, die das merken. Und ich denke, zum Abschluss wollen wir jetzt diesen alten Track, dieses Om, uns einfach in Ruhe anhören, es steht jedem frei, dazu zu summen, dazu zu singen oder auch einfach zu gelexen, geht um 20 Minuten. Und wir wissen, in diesem Ton, dieser Ton, das ist der ewige Ton, es gibt Tempel, da wird dieser Ton rund um die Uhr gesungen. Das ist da keine Sicherung, wie hier in den Kirchen, in den Sicherungskasten, Kirchengeläut, rechte Turmtreppe, linke Turmtreppe und an einer Sicherung steht dann ewiges Licht. Das ewige Licht kann ausgeknipst werden, der ewige Ton, der wird von Menschen gesungen. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf diesen Ton einlassen und auf die Obertöne dieses Tones, dann begeben wir uns auch in Einklang mit jenen, die auf diesen Ton meditieren. Und es ist eben nicht nur der Ton des Jahres, der Erde, die 32. Oktave des Erdenjahres, sondern es ist auch der Ton des Ur-Mars, die Ur-Schwingung von dem natürlichen Mars-System. Der ist für Musiker knapp 6 Cent tiefer, das ist also etwa ein Zwanzigstel eines Halbtones und das ist hörbar, wenn man parallel Instrumente hört, aber wenn man es einzeln hört, dann ist es wie das Ohr an der Grenze von die, dass man so einen Unterschied wahrnehmen kann. So, ich schau mal, dass es eingeschaltet wird und wünsche einen guten Abflug Tag auf das auch. Durch Aus W Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020